Hallo und herzlich willkommen bei Nosterafo TV. Mein Name ist Robin Nosterafo und ich bin heute ihr Führer. Hier gibt es viele schöne Sachen zu sehen. Unsere Fresh Crew besteht aus mir, Kameramann Herr Hodes, Mädchen für alles Anna, Casanova Kalle und Daniel. Zusammen machen wir auf diesem Kanal Tracks. Habt ihr schon? Manchmal auch ein paar Stunts. Außerdem machen wir in letzter Zeit immer mehr Filmcharakteren und Gangsten. Real life. Dann gibt es da noch unseren Zweitkanal mit dem wunderschönen Namen Nosterafo. Dieser ist nicht einfach die Reste-Rampe für unsere Outtake und Behind-the-Scenes-Clips, sondern hat auch einige eigene Formate. Einige von euch kennen sicher noch Pink Battle, das gibt es jetzt dort. Außerdem Shitty Tutorials, Expect the Unexpected und zu guter Letzt noch das Nostera Feedback. Das ist ein Format, bei dem wir eure Fragen beantworten. So ungefähr alle zwei Wochen werden wir ein Video hochladen. Die Playlist ist unter fast jedem unserer Videos verlinkt. Da könnt ihr reingucken, klickt auf den Link. Und ihr müsst einfach nur eure Frage unter das Letzte in dieser Playlist posten und im nächsten Feedback wird es dann beantwortet. Okay. Dann gibt es noch meinen deutschen Kanal. Bing. Dort gibt es kritische Videos. Sevi Schneich Knu. Und Rearn Schieves. Dann gibt es noch Borderline TV, auf dem es halt jeden Tag ein Video hochgeladen wird. Four Ankles, First Person Skateboarding, Tutorials und diverses Gelumbe. Und zu guter Letzt gibt es dann noch den Kanal Nostera Fotz, auf dem laden wir deutsche Random Shit Videos hoch. So ganz ohne Konzept einfach drauf los. Warum machen wir das eigentlich, Herr Hodes? Wisst ihr eigentlich, wie YouTube entstanden ist? Die Leute haben in die Kamera gesprochen, weil sie was zu sagen haben. Ach Scheiße. Robin, nimm du wieder. Wenn ihr außerdem Cosplayer oder so seid und uns für ein Video ein Kostüm schenken oder ausleihen wollt, schreibt uns einfach eine Privatnachricht. Wir lesen sowieso alles. Das heißt, man darf sie beliebig oft kopieren. Und zum Schluss seht ihr, woran wir gerade filmen. Allerdings dauert das noch ein bisschen, bis wir dann in Amsterdam noch gefilmt haben. Hafen und so, ihr versteht. Da machen wir nämlich demnächst eine Public Prack Compilation Amsterdam. Ansonsten könnt ihr hier nochmal auf den jeweiligen Kanal klicken, wenn ihr wollt. Oder ihr klickt hier und werdet ihr nochmal ein paar Playlisten verlinken, wenn ihr die Anmerkungen anhabt. Ansonsten ist natürlich unser Motto ordering people to subscribe to us. What is such a club team is supposed to mean? Das gilt natürlich auch für Daumen hoch und so. Also ihr werdet sicher nie erleben, dass wir um sowas betteln oder euch ersuchen, da irgendwelche Knöpfe zu drücken. Scheiß drauf macht, was ihr wollt. Klickt an oder nicht. Ansonsten war es das. Keens auf. Ich habe jetzt übrigens auch Twitter. Los, folgt mir. Ja, wo geht es hin? Folgt mir, kommt mit. Wo geht es hin zum Computer? Schön, folgt mir. Ja, so macht ihr das gut. Kommt, folgt mir. Youtig, guck. whileIA Sounds Bis zum drauf. Bis zum nächsten Mal.